Na, liebe Freunde, fällt euch vielleicht was auf? Fällt euch vielleicht was auf? Ganz recht. Und zwar habe ich mir diesmal so rote Trauben gekauft. Ich hoffe, man kann die sehen. Ich kaufe mir eigentlich sonst immer so gelb-grünliche. Die schmecken immer richtig geil. Aber diesmal dachte ich mir, hey, Robby, bist mal verrückt und probierst mal was anderes, you crazy motherfucker. Aber wisst ihr was? Die roten da, die schmecken eigentlich genauso. Da ist überhaupt kein Unterschied. Also, ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut, aber kein Unterschied. Okay, Leute, Spaß beiseite. Ich habe mein neues Mikrofon bekommen und ich bin damit wirklich, wirklich, wirklich super zufrieden. Ich muss noch ein paar Einstellungen vornehmen, aber ansonsten bin ich echt glücklich. Und es schlägt einfach das Mikrofon von meinem Headset, mit dem ich übrigens auch sehr zufrieden bin. Aber es schlägt es einfach echt um Welten. Und jetzt für alle, die schreiben, ich weiß, was das für ein Mikro ist. Es ist ja ganz offensichtlich. Ich habe mir ein roter Mikrofon geholt. Ich werde dazu euch noch später dann, wenn es dann soweit ist, werde ich euch dazu noch ein paar Informationen geben, warum ich es mir geholt habe und warum ausgerechnet es und pipapo. Leute, kommen wir jetzt endlich mal zum Spiel. An all meine Zuschauer, die einen Bruder oder vielleicht eine Schwester haben oder mehrere Geschwister. Und auch an alle vielleicht, die gerade an ihre Freunde denken müssen. Wer kennt es nicht? Man hat diese Leute um sich und man wünscht sich einfach, sie würden mal verschwinden. Man hat einfach wirklich die Schnauze voll von seinen Freunden oder von seinem Bruder oder von seiner Schwester. Ich persönlich habe drei Brüder und eine Schwester und kann es total gut nachempfinden. Deswegen bin ich über ein Spiel gestolpert auf Steam. Da habe ich eine Demo gefunden. Und zwar, ihr werdet gleich sehen, was das für ein Spiel ist. Kann ich mich damit richtig gut identifizieren? Es sah richtig witzig aus. Deswegen dachte ich mir mal, probieren wir das mal zusammen aus. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach los. So, hallo und herzlich willkommen zu Max the Curse of Brotherhood. Leute, ich habe euch ja schon bereits erklärt, um was es geht zum ganz Groben. Und zwar geht es um die Hauptfigur Max. Das sind in dem Fall wir. Wir haben einen Bruder und der geht uns so gewaltig auf. Nerv, ja, sage ich mal. Dass wir uns einfach wünschen, dass er verschwindet. Dies weiß ich alles aus dem Trailer, den ich in Steam gesehen habe. Und es sah so witzig aus, dass ich mir dachte, wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und was in dem Spiel alles passiert ist, werden wir jetzt zusammenleben. Ich habe keinen Plan. Dieses Spiel ist Controller unterstützt. Das heißt, ich spiele mit dem Xbox-Controller. Und zugleich ist es auch mein erstes Let's Play, Let's Test mit dem Rode-Mikrofon. Oder Rode oder wie auch immer jemand was dazu sagen will. Weil ich würde sagen, wir labern nicht so viel und legen direkt los. Hoffentlich klappt es jetzt, weil das Spiel spackt bei mir die ganze Zeit ab. Ich würde sagen, los geht's. Go. Es spackt ab. Ich rasch da aus. Oh mein Gott, ich kotze gleich. F9. Jawohl, es klappt. Ich nehme auf. Gut. Also Leute, das sind wir, wie es aussieht. Mit einem fetten M auf dem Hemd. Falls ich mal den ersten Buchstaben meines Namens vergessen soll, das kann ja mal passieren. Ich renne ja meistens auch mal mit einem R auf meinem Hemd rum. Wer kennt's nicht, der Geschwister hat? Vor allem kleinere Geschwister. Hi Max. Hi. Wie auch immer du heißt. Bruder. Ich nenne dich einfach Timmy. Sei ist mein kleiner Bruder. Ich habe einen Zauberspruch gesprochen, dass er verschwindet. What? Felix. Felix. Er ist Felix. Unser Bruder ist Felix. Den checken wir uns wieder ab, oder? Und was lernen wir daraus, liebe Freunde? Wir wissen erst, das zu schätzen. Wir wissen erst, zu schätzen, was wir haben, wenn wir es nicht mehr haben. Und da ist wirklich was Wahres dran. Also verbringt viel Zeit mit eurer Familie und euren Freunden, denn ihr wisst nicht, wie lange ist die noch ab. Tja, das sind wir. Max. Ey, ich bin in Style echt geil gemacht. Mal ohne Scheiß. Äh, wie funktioniert denn das jetzt? Ah, okay, hier. Nein! Wow, das Spiel fängt ja schon mal gut an. Da hinten ist er ja. Guckt mal. Dieses Monster hält ihn an so einem Stock. Das ist jetzt ein Spiel mit einer richtig einfachen Story. Oh, jetzt hat es aber kurz gehängt. Mit einer richtig einfachen Story, sage ich mal. Aber sie ist cool. Und wer hätte nicht gerne so eine Frisur wie Max? Naja, meine ist ja so ähnlich. Oder? Naja, egal. Timmy, ich hole dich wieder. Ich weiß, er heißt Felix, aber wir nennen ihn lieber... Hä, wie komme ich da hoch? Haltet euch! Nein! Oh Mann, es fängt gut an, hey. Schon zweimal gestorben, hey. Die Aufmachung finde ich richtig geil. Das wirkt so total Herzblut mäßig. Ich hole dich, Felix! Wow. Wow, das war jetzt aber knapp. Also es ist so ein richtiges... Ah. Okay. Er squeezed sich through. Und weiter geht's. Wow. Ich hole dich, Felix. Hang on, versteht ihr? Hat ja keine Waldarme. Äh. Ich hole dich. Lass meinen Bruder in Ruhe, Mann. Ich hatte aber eine ganz schöne Ausdauer für so einen kleinen Furz. Weiter geht's. Felix! Wait! Meow! What? Der Fristchen? No! Hä? Max! Das Spiel ist saugeil. No! Help! 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 Nur weil ich diesen blöden Schwuch gesprochen habe, du dummes Viech. That's my brother! Entschuldigung. Ganz schön mutig. Komm, 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 komm. Wuhu. Nein, nein, nein. Ich wollte doch bloß meinen Bruder wiederholen. Kannst du das nicht verstehen? Komm, 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 komm. Schnell. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Nein. Oh Gott. Oh, der kommt hier nicht rüber. Jawohl. Ah, der ist knapp, hey. Wie kriege ich jetzt Felix wieder zurück? Verdammt. Ey, das ist saugeil, das Spiel. Ich überlege gerade wirklich, ob ich mir davon die Vollversion holen soll. Nein. Wenn ich bloß nicht so oft sterben würde. Das Timing von dem Springen, das kommt mir irgendwie noch nicht so ganz in den Kopf rein. Was passiert jetzt? Ja, toll, ey. Ey, das ist schon ein bisschen auch fies irgendwie. Aber das ist saugeil. Muss ich echt zugeben gerade. Wenn man erst mal so ein bisschen weiß, wie man sich verhalten muss in dem Spiel oder mit was man rechnen kann. Nein. Nein. Oh, es ist echt geil. Achso, ich muss mich darüber schwingen. Swing dein Ding. Ach, Apecreme hatte rechtes. Swing, spring. Hui. Weiter geht's. Wüste. Nichts. Nur die tötende Hitze, der Sahara und der heißbrennenden Sonne über uns. Werden wir überleben? Werden wir es schaffen, Felix wieder nach Hause zu bringen? Ich weiß es nicht. Eine Oase, die richtig geil aussieht. Hä? 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 Aber echt? Wollte ich auch gerade fragen. Checken wir das mal ab, wer das da runtergebracht hat. Beziehungsweise, wie das Ding da hergekommen ist. Hä? Wow! Hä? Ich dachte gerade, ich sterbe. Und schon passiert's. Nein! Oh, meiiin. Hobby, warte doch mal. Gechillt. Wo geht's denn jetzt hin? Das erinnert mich gerade so irgendwie so ein bisschen an so eine Peter Pan Story. Aber echt? Heißt es, ich muss jetzt... Ich probier's. Wuhu! Ey, das ist saugeil! Ey, das gefällt mir richtig gut. Ein richtig geiler Style. Aber wer macht denn das jetzt? Ah, jetzt sehen wir wohl, wer das macht. Die Friese ist so der Hammer. Die Friese ist so der Hammer. Oma! Oh, sie gehts dann! Oh, sie ist goldig! Okay. Was für eine Waffe. Hä? Jetzt ist ihre Seele da drin oder was? Okay. So, was muss man tun? Da steht er, der Stift. Wie der Wüsten-Librator. Also ist ihre Seele doch da drin. Oh, das ist so cool! Erinnert euch das jetzt nicht auch an irgendeine Geschichte? Merlin, der Zauberer? Und na? Äh... Hä? Ich muss... Sorry, ich bin den Controller nicht gewöhnt. Hä? Ah! Okay. Ich versteh. Wie cool ist denn das bitte? Wie cool ist denn das bitte? Ich bin maßlos begeistert. Das Spiel hat jetzt schon mein Herz gewonnen. Die Stadt ist nicht weit. Von dort kannst du in den Moustachos Lande entkommen. Wow! 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 Okay. Das war jetzt sein Auge. Das ist Treibsand. Das ist saugeil, das Spiel. Oh nein! Wow! War das knapp! Das ist so geil! Ihr könnt es euch grad nicht vorstellen. Oh! Das war jetzt falsch, oder? So, drauf stellen und dann? Komm! Komm. Warum nicht? Tja, das war Zool falsch. Ähm, halt. Verdammt, ich komm da nicht hoch. Kannst ja nichts machen. Okay, es geht da nichts. Um diese Arschköpfe zu töten. Also nehmen wir jetzt den Stift. Machen das wieder ein bisschen hoch. Und drauf. Und dann hier runter. Und es geht nicht mehr. Wieso geht denn das nicht mehr? Ist ja witzig. Vielleicht, weil ich das höher machen muss. Okay, das geht auch nicht. Ich muss dieses Ding halt so höher machen. So. Ich verstehe. Okay, Robby. Da musst du jetzt ein bisschen mitdenken jetzt. Okay. Machen wir das so. Das ist saucool, hä. Ich mach mir ein bisschen höher. Das ist saucool. Die Idee ist ja echt geil. Und? Was war das denn jetzt schon wieder? Das ist so cool. Oh. Wo war das knapp? Nein. Kann ich da nicht noch irgendwie ausweichen? Ich hab's verstanden. Ich darf nicht auf den Drauf springen. Was ich auch super geil finde jetzt an dem Spiel gerade. Wie mach ich denn das? Kann ich den nicht irgendwie noch? Oh, nein. Ich muss dem irgendwie halt so entkommen können. Wie töten? Was mach ich denn? Wie entkomm ich dem jetzt? Heißt das vielleicht, ich muss da gar nicht hoch? Doch, ich muss hoch. Wie kann ich jetzt den Frosch töten? Oder wie entkomm ich dem jetzt? Ich kann mit dem nichts machen. Hahaha. Ich hätte über den... Wow. Was ist das da? Und nun? Okay. Da können wir gar nichts machen. Okay. Ich weiß dann jetzt auch nicht, für was es gut sein sollte, aber... Und jetzt? Da geht gar nichts. Okay, weiter geht's. Oh, halt. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Das sind so Rätsel jetzt hier, die ich lösen muss. Ich verstehe schon, oder? Das soll doch Rätsel sein. Okay, also. Was haben wir? Ich kann dich zerstören. Ach, ich kann dich doch schieben. Das sah gerade so aus, als ob ich nicht schieben kann. Okay, dann. Bringen wir dich hoch und schieben dich, der lässt sich nicht schieben. Ach, doch. Ach, mit X. Ich drücke die ganze Zeit A. Okay. Sorry, ich muss mich erst... Also, ich hab's nicht so mit dem... Das ist ein Playstation-Controller, wäre das wohl ein bisschen cooler. Aber okay. Ich will ja nicht motzen. Okay. 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 Ich weiß ja, ich wollte über den Trüberspringen. Hat mich das nicht gerade erschrocken, ey. So, und? Okay, und jetzt? Wie komm ich jetzt da rüber? Wie komm ich denn da jetzt rüber? Ah. Verpiss dich. Verstehe. Oh Mann, ey. An so ein Zeug muss man auch vielleicht erst mal denken. Ey, das ist saugeil, das Spiel. Meine Empfehlung an euch, Leute. Das sag ich euch jetzt schon. Ich find's echt richtig gut gemacht. Oh, okay. Das war jetzt wohl ein Fehler. Das reicht. So, und so, und so. Und, und, ja, hin und. Kaputt machen. Ich find auch die Gesichtsanimationen so richtig lässig irgendwie so. Der wirkt so wie so ein kleiner Playboy, ey. Das ist voll cool. Okay, dann lassen wir dich erst mal hoch. Dich machen wir kaputt. Dann lassen wir dich hochgehen. Und machen dich jetzt kaputt. Oh, nee. Wie meint es? Ach. Beziehungsweise, das können wir ja anders machen. Ich kann den ja da hinsperren quasi. Jetzt lassen wir den wieder kommen. Der wird da durchlaufen. So, jetzt lässt er uns nämlich in Ruhe. Und wir können hier ganz lässig hoch. Jawohl. Ey, das Spiel macht richtig Spaß. So, wo geht's als nächstes hin? Muss ich runter? Und jetzt? Okay. Das sieht schon mal richtig aus. Wie wir das hier machen. Die haben wir jetzt wohl in den Frosch überlebt. Wir müssten irgendwo drüber springen. Wie soll ich denn das so machen? Jawohl. Geschafft. Yeah, man. Okay. Weiter geht's. Und das ist nur eine Demo, Leute. Wie soll ich denn das schaffen? Nachträglich kann ich dich nicht mehr in die Höhe schieben. Achso, ich weiß schon wie. So, und das heißt dann, wir zerstören dich wieder. Wir schieben dich noch höher. Wir zerstören dich. Wir schieben dich dann noch höher. Ich glaube, das reicht uns immer noch nicht. Das heißt, wir zerstören dich wieder. Wir schieben dich dann noch höher. Ah, ich seh. Ich seh das erst jetzt. Seht ihr das? Und zwar an dem Stift. Der hat quasi so... Patronen. Ich muss... Er muss das kaputt machen, um sich dann wieder mit diesem Zeug aufzufüllen. Das seh ich erst jetzt. Seht ihr? Das wird jetzt immer weniger. Oh, das schaffe ich doch nicht. Ah, doch. Seht ihr das jetzt? Ich wollte gerade... Hä? Hä? Ich muss das in der обязательно. Wie ist das? So Leute, das war jetzt Max's The Curse of Brotherhood. Das Spiel an sich ist richtig geil. Ich finde die Aufmachung richtig cool. Mir gefällt auch total, wie schon erwähnt, die Gesichtsanimation. Ich finde es geil, dass sich das Spiel selbst nicht so ganz ernst nimmt. Die Story ist total einfach gehalten, aber eben total spannend. Vor allem mit Leuten, die Geschwister haben, oder für Leute, die Geschwister haben. Aber es kann man vielleicht auch in Verbindung mit seinen Freunden bringen oder sowas. Ich bin gerade wirklich hart am überlegen, ob ich mir das Spiel holen soll oder nicht. Ich habe gerade versucht, also ich habe gerade mindestens zwei Stunden lang versucht, dieses Let's Play aufzunehmen, weil dieses Spiel einfach nicht gestartet ist. Ich hoffe, dass ich das mit der Vollversion besser hinkriege. Ansonsten würde ich dem Spiel echt, glaube ich, neun von zehn Punkten geben. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum das so viel ist. Ganz einfach, ich finde die Idee mit dem Stift richtig geil. Ich glaube, das gibt es auch bei Mickey Epic oder so. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich bin gerade wirklich hart am überlegen. Ich finde den Style richtig geil. Ich finde auch das Kommentieren von dem Jungen richtig geil. Gerade wenn er springt und dann immer dieses... Und sowas. Das gibt es heute bei den meisten Spielen gar nicht mehr. Das Spiel ist ziemlich kindlich gehalten. Ich stehe da drauf eben irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, beziehungsweise wenn euch der Let's Test gefallen hat... Das Let's Test? Der Let's Test? Der, die, das? Äh, Deutsch. Wenn euch das Let's Test gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir in die Kommentare, welche Stelle euch am besten gefallen hat. Leute, würdet ihr euch das Spiel kaufen? Also ich finde es echt witzig. Ich bin gerade hart am überlegen. Ich glaube, das kostet 10 Euro oder 12 oder sowas. Vielleicht kaufe ich es mir. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen beim nächsten Let's Play. Ich freue mich auf euch. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Fetz.